Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... geht Iraklion an die Spitze Iraklion, gemeinsam an der Spitze mit Shortcut weiter außen, dann kommt eine Gruppe mit Hardstorm, Kameran und ganz innen Eddington und ganz an der Außenseite Rosentraum und dann sind es zwei Längen bis zu Solange am Schluss des Feldes. Es geht durch den ersten Bogen hindurch und Iraklion mit der Führung, mit zwei Längen, dahinter galoppiert Shortcut vor Eddington und Rosentraum, Hardstorm ist dann fünftes Pferd, sechster, das ist Kameran und am Schluss des Feldes galoppiert die Hachzeherstute Solange. Mitte der Gegenseite bei relativ ruhiger Fahrt, unverändert Iraklion an der Spitze vor Shortcut, dann Eddington außen begleitet von Rosentraum, dahinter Hardstorm, dahinter Kameran und Solange am Ende des Feldes. Keinerlei Veränderungen, Iraklion zeigt den Weg vor Shortcut, Eddington und Rosentraum, dahinter Hardstorm, dann Kameran, auf dem Eugen Frank schon ein wenig zugereiten muss und Solange verbessert die Position. So geht es in den Schlussbogen hinein und Iraklion bei sehr ruhiger Fahrt weiterhin vorne, dahinter Shortcut, außen Rosentraum, in den Eddington, zwischen dem Pferd galoppiert Hardstorm, dahinter Solange und sich dann der sich immer noch sichtlich mühende Kameran. Und so ging es am Scheitelpunkt des Schlussbogens vorbei, das Tempo ist nach wie vor nicht allzu hoch, Iraklion ist vorne, dahinter Shortcut, Unterdruck, Rosentraum an der Außenseite ist da, Hardstorm hat Probleme, Eddington an der Innenseite, aber vorne unverändert Iraklion, der marschiert seinen Strich herunter. Shortcut bleibt der erste Angreifer, dann Rosentraum außen und in den Eddington, aber vorne Iraklion, Iraklion ist weiterhin vorne. Jetzt kommen aber die Angreifer, Iraklion führt doch, Eddington müde sich an der Innenseite, Shortcut in der Bahnmitte, Rosentraum versucht es ganz außen, aber Iraklion, der setzt sich ab vom Feld, Iraklion, der ist die andere Ware, Iraklion ist allein auf weiter Flur, dahinter kämpfen Shortcut, Eddington und dann ist es auch noch Solange, die kommt und draußen Rosentraum, aber Iraklion ist ein überlegener Sieger, dahinter Kampf um die Plätze, Rosentraum an der Außenseite, an der Seite von Shortcut, aber Shortcut bleibt zweiter, Rosentraum ist drittes Pferd, vierter Eddington, dahinter, dann Solange und dann Abstand bis zu Hartstom und bis zu Kameran.